Hallo meine lieben Nudelgebäck-Warte-Runde und willkommen zu dem Format, wo ich jeden Montag so lange ins Mikrofon rede, bis meine Lasagne fertig ist. Moment, das war der falsche Text. Nein, so lange rede, bis ich alle 10 meiner letzten Lieblings-Mocks aus den letzten 7 Tagen euch vorgestellt habe. Mocks zählt in diesem Fall alles, wofür es Bauanleitungen gibt, sonst zählt es nicht, nur Bilder reicht nicht. Und genau, packe ich jeden Montag in die Liste, ihr hört die dann. Ihr seht im Moment im Hintergrund noch mein letztes eigenes Mock, der Microscale Bad Helicopter. Und dazu, so wie zu allen anderen Mocks, die ich gleich vorstelle, gibt es natürlich Links unten in der Beschreibung. Ich habe gerade eine große Geste mit meinen Händen gemacht, zu unten in der Beschreibung und weiß nicht warum, weil ihr seht mich im Moment sowieso nicht. Aber hey, muss auch mal sein. Und damit starten wir in die Mock 10 der Woche mit Platz Nummer 10. Logischerweise, ich könnte auch mit 1 anfangen oder mit 5 und einfach mal durcheinander shuffeln, das wäre aber lustig. Nein, wir fangen mit Nummer 10 an. Mit dem süßen Pikachu Pencil Holder von Freddy Bricks Mox. 2,50 Dollar kostet uns die Anleitung, wenn wir sie denn kaufen und etwa 50 Euro die Teile, wenn wir sie noch nicht haben. Ja, ich habe hier absichtlich mit was Praktischem angefangen und mit was Niedlichem. Beides auf einmal, fast wie Kinderschokolade, nur lecker ist er nicht. Ich könnte mal probieren, aber ich glaube Plastik schmeckt nicht, auch Lego Plastik nicht. Ist natürlich auch für echte Stifte geeignet, auch wenn da jetzt natürlich gebaute Stifte drin sind. Und apropos gebaut, gebaut ist das ganze Ding im Grunde wie ein ausgehöhlter Brickhead. Was jetzt nicht wirklich eine große Überraschung ist, wenn man sieht, was das Ding ist, aber ich finde es sieht klasse aus. Es ist super, es ist mal was Praktisches, es ist niedlich, es passt perfekt hier in die Reihe. Und wir bleiben bei praktischen Dingen, aber nicht bei alltagspraktischen Dingen, sondern bei praktischen Dingen für andere Spielzeuge aus Lego. Mit dem Jetpack 4Transformers Sideswipe von Brick Daimyo. Kostenlose Anleitung in Form eines YouTube Videos und verlinkt ist, die Teile kommen auf ungefähr 6 Euro. Plus natürlich der Sideswipe. Das Ding hier ist gebaut auf den, wer Transformers kennt, War for Cybertron Siege Sideswipe. Ich weiß nicht, auf welche anderen Sideswipe-Versionen denn noch passt, wobei die späteren sind auf derselben Form beruhend. Der passt wahrscheinlich auch auf dem G1 Sideswipe, auf dem dieser wiederum beruht. Wahrscheinlich nicht und ziemlich sicher nicht auf den Creo Sideswipe, was sehr, sehr schade ist. Das waren diese Lego-artigen Bausteine von Hasbro. Diesmal gab es auch Transformers-Modelle von Gab, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hier ganz nett, dass Spielzeug erweitert um den Jetpack, den Sideswipe halt in den Cartoons hatte. Sehr schöne Anwendung eigentlich für Lego. Einfach mal ein anderes Spielzeug zu ergänzen, eben hier Transformers. Weg von Transformers hin zu richtigem Lego, richtiges Lego, aber mit Technik. Insofern unser diesmöchiges Technikmodell, der Frightliner Classic Daycap Dump Truck von Anton Cablash. Anton Cablash. Wer weiß, wie es ausgesprochen wird. Wir wissen, wie es geschrieben wird. Das muss jetzt erstmal reichen. Reicht doch zum Googlen. Und wir haben eine Anleitung für 12 Euro und Teile für etwa 200 Euro. Wir wissen, Lego-Technik, da werden die Teile schnell teuer. Das ist leider so. Aber was wir dafür bekommen, ist ein großer Truck, Dump Truck, also ein Kipper, der nicht wirklich aussieht wie Lego-Technik. Und das finde ich schön. Der sieht nicht aus wie die Technikmodelle, die überall voll mit Löchern und Lücken und Kerben und was weiß ich alles sind. Nein, der sieht glatt aus. Der sieht fertig aus. Jetzt schafft Lego nicht. Anton Cablash schafft es. Und er schafft es aber auch damit, dass er hier Technik mit Systemen sehr stark verknüpft. Wir haben so ziemlich zur Hälfte der Hälfte beide Systeme drin. Gut kombiniert. Farben gehen gut über. Sieht gut aus. Und ansonsten für die Funktionen. Der Kipper kippt natürlich. Wir haben eine Hand-of-God-Steuerung. Und das impliziert natürlich auch, wir haben eine Lenkung. Ach so, wer den Begriff nicht kennt. Hand-of-God-Steuerung ist, wenn ihr oben drauf ein Zahnrad habt, um zu lenken. Statt halt innen einen Lenker drin im Fahrzeug, haben wir oben drauf so ein Zahnrad. Ihr seht das ein bisschen auf dem Bild oben auf der Fahrerkabine. Damit lenkt man ihn. Das nennt man Hand-of-God-Steuerung. Gehen wir etwas weiter in die Welt von Göttern. In den Weltraum. Oh Gott, das war eine furchtbare Überleitung. Aber hier muss auch mal sein. Der Orbis Starport von Qwinter. Fünf australische Dollar für die Anleitung. Und die Teile kommen auf etwa 50 Euro. Oh, das Ding ist eine Raumstation aus dem Videospiel Elite Dangerous. Ist eine ungewöhnliche und schwierig in Lego umzusetzende Form, die hier ziemlich gut geklappt hat. Also gerade diese Geschichte, wie diese Streben in den Rotationsbereichen. Also diese runden Dinger, wo die Streben in der Mitte sind. Die aufeinander passend zu machen, ist gar nicht mal so einfach. Hier funktioniert es super. Natürlich hat das Ding jetzt eine ungewöhnliche Form für ein Lego-Modell. Und lässt sich relativ schwierig irgendwo hinstellen. Weswegen es hier auch ein Display gibt, das dabei ist. Auch das relativ ungewöhnlich gebaut. Wir haben so Sachen wie die Satellitenschüsseln, die einfach mal umgedreht sind, damit der einfach reingelegt wird. Weil zum Verbinden war mit den Rundungen irgendwie schwierig und mit den Formen. Also wird halt drauf gelegt. Funktioniert aber auch ganz wunderbar. Auch futuristisch im Design, aber in der Realität deutlich näher in der Gegenwart, nämlich tatsächlich in der Gegenwart, ist Platz Nummer 6. Sind Formel 1 Autos. Hier der F1 Mercedes W13 2022 von Simone Baratella. Also das Modell, nicht das Auto. 3,50 Euro kostet uns die Anleitung und die Teile kommen auf etwa 50 Euro. Und ich finde ihn schön gebaut, weil er hat diese Farbvielfalt von dem Fahrzeug ohne Sticker umgesetzt. Alles mit Teilen. Alles mit Teilen filigran, aber ausreichend robust. Gefällt mir sehr gut, der Kerl. Also diese Formel 1 Autos gibt es oft im Lego. Aber meistens sind sie halt eine absolute Sticker Grab. Ein absolutes Sticker Grab. So richtiger Genus. Dann passt es auch wieder mit dem Satz. Wer sich jetzt fragt, was das für ein Ding ist. Es ist der Wagen von Hamilton. Lewis Hamilton. Nicht Alexander Hamilton. Auch wenn Alexander Hamilton deutlich lustiger wäre in der Formel 1. Laut Titel ja die 2022er Version. Ich muss ehrlich sagen, für mich sieht er eher aus wie der 2019er von Lewis Hamilton. Aber okay. So oder so ein Formel 1 Mercedes. Passt schon. Apropos passen. Die Figur passt auch rein. Allerdings nur ohne Beine. Ich hoffe, das ist kein böses Omen für Lewis Hamilton's weitere Karriere. Aber es geht. Und anders wäre es auch nicht gegangen, dass der halt in den Minifiguren Maßstab passt. Minifiguren haben halt komische Proportionen. Und irgendwie will man ja den Wagen noch so aussehen lassen, wie der Wagen aussieht. Eine andere Transportmöglichkeit haben wir dann auf Platz 5. Mit The Last Stack von Chris Woods. Kostenlose Anleitung. Teile kommen auf etwa 90 Euro. Dieses Ding ist ja im Grunde die Schnellreiseoption aus Hollow Knight. Interessantes Indie-Game. Auf jeden Fall gut. Und das Ding ist von da. Käfer haben sowieso immer einen Bonus hier. Genauso wie Dinosaurier und allgemein organische Bauten. Die Beine sind ein bisschen... Ja, hm. Das ist definitiv eine genaue Beschreibung davon. Ja, hm. Und mich nervt ein bisschen, dass der Name klingt wie ein Wortspiel, das ich nicht verstehe. The Last Stack. Irgendwas bedeutet der Name und ich weiß nicht was. Das ist so lästig. Aber das Vieh ist gut. Das Vieh ist ganz cool. Auch wenn es echt Schwierigkeiten hat zu stehen. Also ihr braucht halt diese transparenten Steine, die ihr auf dem Bild auch drunter seht. Damit er gut stehen kann. Aber... Herr Gott, das ist mal so. Das ist mal so. Irgendwie muss man ja den Look aus dem Spiel übertragen können. Keine Hilfe beim Stehen braucht dagegen Platz Nummer 4. Der 60324 Heavy Forklift von M. Longer. Anleitung für 3,50 Euro zu einem Set führenden UVP von 49,99. Denn die 60324 ist der Lego City Kran mit der Straßenplatte. Ja, ihr kennt ihn. Das war das eine Set mit der Straßenplatte, was kein Gebäude war. Ein bisschen teuer, aber naja. Hier haben wir halt eine Alternative zu dem Kran, die auch entsprechend etwas sehr anders ist. Mit dem Teleskopstapler hier. Es gab von M. Longer vorher schon mal eine Alternative zu diesem Set. Da war es ein Abschleppwagen. Den habe ich hier nicht aufgenommen, weil der dem Original noch zu ähnlich sah. Und weil das in der Woche war, wo echt fies Wettbewerb war. Also richtig gute Sets gekommen sind. Der hier ist auch richtig gut. Aber ne. Wenn so ein Alternativbau sehr, sehr ähnlich zum Original ist, ist das für mich einfach so ein Kriterium, ihn rauszuschmeißen. Also vorher, bevor ich andere Sachen rausschmeiße. Der hier hingegen ist ein sehr anderes Ding. Gut, das ist weiterhin ein Fahrzeug. Aber der Teleskopstapler, ein Riesenteleskopstapler. Wenn man in den Minifigurenmaßstab sieht. Ich weiß gar nicht, ob es so gigantische gibt. Aber warum nicht zum Schiffsbeladen oder so vielleicht. Wenn ihr einen kleineren wollt, der kommt dann morgen. Und Gottes Willen, jetzt mache ich die Überleitung schon über mehrere Videos hinweg. Nein, morgen Lego City gibt es einen kleinen Teleskopstapler. Hier heute gibt es einen großen. Ist kompletter Zufall, aber ist doch mal ganz lustig. Bleiben wir im Farbschema. Ungefähr im selben Raum. Also blau und orange. Aber in einem völlig anderen Thema. Ice Planet 2022, beziehungsweise Ice Planet. Und hier der Ice Planet 2022 Avalanche Night von Christoph Albert. 5,50 Dollar für die Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 70 Euro. Etwas schwierig abzuschätzen, weil eines der Teile hat nicht wirklich eine Preisangabe, weil es wirklich schwierig zu finden ist. Das ist diese 2x2 Fliese mit dem Ice Planet Logo drauf. Die könnte teuer werden, aber ich habe jetzt einfach mal die auf 10 Euro für zwei Stück angesetzt. Dann sind wir bei 70, dann ist es in Ordnung. Das müsste eigentlich hinkommen. So teuer kann das Ding nur auch nicht sein. Es ist selten, dass ein Teil über 5 Euro kommt. Kommt vor, aber es sind ja meistens Formteile oder Tiere. Zurück zum eigentlichen Modell. Genau, Farbschema ist ähnlich wie eben, aber das Orange ist jetzt transparent. Transparent Orange ist auch oft ein Kostentreiber. Ist eigentlich hier ziemlich zivil geblieben. Wahrscheinlich auch, weil da hauptsächlich die Teile verwendet wurden, die in Ice Planet oder Nexonets sehr häufig waren. Apropos Teile, die bei Nexonets sehr häufig waren. Ein häufiges transparent oranges Teil aus Nexonets war die Kette. Und die wird hier benutzt für eine wortwörtlich gebaute Kettensäge. Ich mag dieses Ding irgendwie. Es ist völlig bescheuert, aber es funktioniert absolut super, eine Kette für eine Kettensäge zu benutzen in Lego-Form. Überhaupt einige Sachen interessant gebaut. Auch wie die Knie da sind mit Kotflügeln, die halt über das Gelenk drüber sind, damit es von vorne so ein bisschen verdeckt ist. Ich finde die linke Schulter absolut spannend gebaut. Mit diesen 1x2-Bar-Teilen, aber einfach mal um 90 Grad gedreht, damit man Gegend noch an der Seite hat. Interessante Bauweisen einfach hier drin. Definitiv, um einen schönen kleinen Roboter zusammen zu bekommen. Überhaupt kein schöner kleiner Roboter. Manche sagen auch überhaupt nicht schön. Ja gut, klein auf jeden Fall. Schön, fragwürdig. Ich mag diese ungewöhnlichen Fahrzeuge. Ist unser Platz Nummer 2. Der Reliant Robin von Brad Barber. Den haben wir die letzten Wochen schon ein paar Mal gehabt. Der ist echt im Moment hat einen Run. Auf jeden Fall hat er jetzt einen Reliant Robin gestaltet. Aus dem Set-Nummer, jetzt habe ich die Set-Nummer leider nicht aufgeschrieben, aber aus dem Fiat 500 von Lego Ideas. 5 Dollar kostet dann die Anleitung. Und eben das Lego Ideaset kostet 79,99 Euro in der unverbindlichen Preis-Empfehlung. Brad Barber hat gerade einen starken Run. Hier hat halt aus dem Fiat 500 einen Reliant Robin gebaut. Ich habe keine Ahnung, warum da eine Null im Namen ist. Die ist bei ihm so. Die habe ich jetzt nicht gemacht. Aber gut, wenn er meint. Auf jeden Fall ist es ein gutes Modell. Von dem Autoken und das Autoken ist ein interessantes Autoken. Ich mag immer Drei-Räder. Drei-Räder sind einfach was, das sieht man nicht häufig. Und die sind auch schwierig zu bauen tatsächlich. Hier hat es funktioniert. Wahrscheinlich auch, weil die größere Größe von diesen großen Ideas-Fahrzeugen halt einfach hilft, mehr Details reinzubringen. Und andere Formen halt aus Teilen aufzubauen. Und dann funktioniert es aber super und mir gefällt er. Das ist der Punkt. Ich meine, sonst wäre er nicht hier in der Liste. Und apropos Liste. Bevor wir natürlich zum ersten Platz kommen, bekommen wir nochmal zum Sonderplatz. Der ist diesmal einfach ein Modell, das nicht von dieser Woche ist. Deswegen in den Sonderplatz. Und zwar fangen wir Weihnachten an. Und wir fangen Weihnachten an. Definitiv. Mit Mendo's Slay von BricksLab. Kostlose Anleitung. Teile kommen auf... Okay, jetzt wird es kompliziert. Teile kommen auf 30 Euro, aber nur die Teile für die Modifikation. Das heißt, da müsst ihr noch zurechnen. Erstmal zwei AT-AT Microfighter. Die haben 9,99 Euro das Stück gekostet. Aber es war auch von 2015. Die sind 2018 vom Markt gegangen. Das heißt, entweder nachbricken oder suchen. Ich glaube nicht, dass die so teuer waren. Selbst für Star Wars Sets. Also so teuer geworden sind. Weil das sind halt Microfighters aus sehr, sehr einfachen Teilen. Müsste man nachbauen können. Die Anleitung gibt es bei Lego. Muss man sich die Setnummer raussuchen. Und dann kann man die Anleitung in der Regel runterladen. Und dann braucht man noch einmal 40,99. Da habe ich die Setnummer. Der Weihnachtsmannschlitten vom letzten Jahr. Vom letzten Weihnachtsjahr. Ist, glaube ich, noch erhältlich. Ist aber auch 40 Euro oder so. Also man kommt ein bisschen zu was zusammenpreisig, wenn man das Ding bauen will. Das will ich damit sagen. Aber es sieht einfach cool aus. Es ist ein schönes Modell. Es ist cool. Ich meine, ein Weihnachtsmannschlitten gezogen von zwei AT-AT-orientieren. Von denen eins natürlich Rudolf-AT-AT ist. Und an der Seite noch die Antriebe von der Razorcrest. Hinten an den Weihnachtsschlitten. Fertig ist der Star Wars Weihnachtsschlitten. Es ist einfach, aber es ist effektiv. Und leider von den Teilen ein bisschen teuer. Wenn man die gerade da hat, würde ich sagen, guckt euch das mal an. Das ist ein cooles Ding. Wenn nicht, würde ich sagen, okay, das ist schon ordentlich Geld. Und wann das so ein kleines Modell packen will, weiß ich nicht. Aber dafür haben wir ja Platz 1. Denn Platz 1 gleicht einiges aus, was das Preis-Leistungs-Verhältnis bzw. Preis-Größen-Verhältnis angeht. Und ich habe hier diverse Transformers von Aronobiles 98. Diverse, weil ich wollte mich nicht für einen entscheiden. Und der hat die alle diese Woche rausgebracht. Also zumindest die vier, die ihr seht. Und nochmal zwei, die ihr nicht seht. Und die sind einfach gut. Ich wollte mich da nicht für einen entscheiden. Sondern ich habe gesagt, komm, das ist ein cooles Konzept, was er da macht. Ich präsentiere einfach mal als Auswahl vier Stück davon. Die sind einfach gut. Wir haben hier als Beispiele Inferno aus Beast Wars. Ironhide aus den Transformers-Filmen. Ratchet aus den Filmen und Soundwave. Wobei ich bei Soundwave nicht ganz sicher bin, wo der herkommt. Diese Sportwagen-Version ist ein paar Mal aufgetaucht über die Jahre. Nicht die beste Soundwave-Version, aber ein gutes Modell von dieser Soundwave-Version. Lustigerweise gibt es hier noch zwei Autobots und zwei Decepticons. Das ist aber echt Zufall. Das Ding ist, das sind alles Transformers, die sich halt wirklich verwandeln als Lego-Modelle. Und auch noch in guter Größe sind für Minifiguren-Maßstab. Nicht so 100% Minifiguren-Maßstab. Aber nah genug, dass ich sage, komm, die kann man in eine Stadt stellen. Das funktioniert super und das hat entsprechend Maßstab. Passt auch super als Ergänzung neben den Optimus Prime oder andere, die dazu halt gebaut sind. Alles zudem ohne irgendwelche seltenen Teile gebaut. Das ist halt eine ganz wichtige Geschichte bei den Dingern, vor allem bei diesen großen Dingern und den Transformers. Keine besonderen Spezialteile, die irgendwie was benötigen, um die Transformation hinzubekommen oder so. Nein. Keine seltenen Teile. Alles Standard-Kram. Deswegen kommt jeder von diesen Transformers auf ungefähr 30 Euro. Was nicht groß anders ist dazu, wenn das halt ein normales Modell wäre. Insofern sehr schön. Einige kommen mal 35, einer kommen mal 25. So die Spannbreite. Und wenn ihr alles bei einem Händler kaufen wollt, klar, dann geht der Preis hoch. Weil nie hat ein Händler immer alles zu guten Preisen da. Aber es ist cool. Und mir ist aufgefallen, so den Großteil der Teile, wenn man auch nur halbwegs eine größere Sammlung hat, hat man tatsächlich. Also man kommt mühelos darauf, dass man 90% der Teile meistens schon in irgendwelchen Kisten hat. Und dann lohnt es natürlich einfach zu schauen nach dem Rest. Und dann kriegt man ein paar sehr schöne Teile hier. Also nicht Teile im Sinne von Teilen, sondern Teile im Sinne von Figuren, Charaktere, Sets, Mox. Und damit sind die auch auf dem ersten Platz. Übrigens werde ich hierzu nicht die Modelle verlinken, sondern ich verlinke einfach das Profil auf Rebrickable von Aronobiles. Bis 98, also dem Designer dieser Mox, dann ist das auch passend. Und eine kleine Überraschung diesmal. Überraschungen gibt es da noch nächste Woche. Hoffentlich wieder in den nächsten Mox 10. Ich sage jetzt erstmal, bis dahin und viel Spaß beim Bauen.